Und einmal Doppelguch, 2 Euro. So, jetzt zeige ich mal was es gibt hier. Lecker, das sieht gut aus. Schöne Mischung. Schöne Mischung. Drei. Das ist schon mal ein Anfang. Gerne mehr davon. Und schon mal eine Steigerung. Oh, so ein Vollbildchen, wenn er hochnauert. Die Bedeutung. Vier! Jawohl! Na, was denn denn? Ein Magassensturz! Oh! 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 Solide, solide! Und einmal auszahlen bitte! Danke! Und hier mal 10 Spiele! Mal gucken, ob es mal ein bisschen mehr gibt. Die letzten Male waren nicht so doll. Boah, du streng hier mal ein bisschen an! Das hat 4 Euro! Oh! Öff nicht mehr! Hm! Wieder so eine Ernüchterung! Da traut nie mehr hin mit dem Spiel! 58 Euro! Ganz schön lütt! So, mal gucken, ob es die Gold gibt! Gold-Frenzi! Boah! Und hier ist ja noch ein bisschen mehr zu haben! Oh! 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 Da war ja nicht Fülle dritte! Oh! 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 Und heute gibt es mal eine Runde Sonnenkiefer, 2.50 Uhr, los geht´s. Den brauchen wir nicht, den auch nicht. Der ist gut, der nicht. Für die Luft dazwischen. Aber es kommt schon. Die Luft dazwischen. 3.50 Uhr. Jawoll. Gucken ob es hier was gibt. Gut. 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 Na los, da kriegst du da noch was voll. Komm schon! Letzte Chance. Schade. Profi. 83. Oh, der kommt zu oft aus. 78. Ich hab mal was her. Der schlupft mir zufülle. Ich hab mal was. Ich hab mal was her. 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 Ah, weiter. Mehr davon. 90. Ich hab mal was her. Geizkraut. Geizkraut. Dauerns schon wieder nur noch 50. 60. 30. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 23. 23. 45, jawoll, jetzt erstmal da noch mal rennen. Los, Mann, was voll hier. Geizkran. 27, 50, ach, gibt's da nicht. So, auf, mal drehen wir das aus. Kannste vergessen. So, ich wechsle das Spiel nochmal. Das soll es hier erstmal gewesen sein. Dreht sich unser Rädchen heute nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Und hier mal fünf Freispiele. Los geht's. Ah, da gibt's schon ein paar Sonnen. Sehr schön. Ja, da gibt's noch mehr davon. Ja, da gibt's noch mehr. Ja, da gibt's noch mehr davon. Ja, da gibt's noch mehr. Ja, da gibt's noch mehr. Aber, das ist auch mehr. Auch nicht. das hat sich doch schon wieder gelohnt und die nummer 5 15 dazu und hier noch mal freispiele kurz vor der stundenpause vier euro einsatz magic mara deluxe 2 die 10 jeb dauernds naja gucken ob sie kommt das ist ja dürftig du da gibt es ja eigentlich mal drei da sind sie frechheit und die nummer 10 tja armselig soo dann jetzt hier mal ein röntchen da können die flöhe stehen bleiben los michael 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 was wir haben. Hier ist die Mission Games. Acht! So, es rückt noch ein paar raus hier. Achtung! Auch Action Games! 14! Sehr schön! Und dann gibt es Hörspiel Nummer 10! Oh, da schiebt er noch einen drin. Kiebt er dann noch! 20 Stück! Oder 2,32! Ach, los! Wir kieken mal! Gucken wir mal, ob keiner guckt! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Gleich noch einer! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Gar nicht mal so übel! Oh, ja! Oh, ja! Forbidden Princess! Oh, ja! 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 Das war nicht der große Wolf! Oh, und hier war der Wunner, wishing, wel, ein Olobhofer. Ein Kaar. Hiya! Vier. So, fränklich. Na los, ich werde mal mit 5. Na, 2. Aber auch wieder 2. Dann sind wir hiermit schon wieder durch. Mit 55 Euro. Dann schauen wir doch mal, was die Elefanten sagen. Los geht's. Da fühlt man auch ein bisschen Watt. Da fühlt man auch ein bisschen Watt. Und Nummer 10. Schade. Und 10 Freispiele. Ja, Lost Temple. War länger. Da waren 20. Da sieht schon wieder aus. Da sieht schon wieder aus. Und 10 Mmm. Äh. Nee. Bi- Und letztes Beispiel, keine Verlängerung mehr, 154. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie wir hinten hier kommen, Mystic Dune. Oh, ja, ist der Weg. Zwei haben wir noch Oh verpufft Bloß aber nur bleiben eine Weile hier du Besser ist Schade Dann gibt es hier mal eine Runde Freispiele 3 im Einsatz Da sind wir mal gespannt was das wird Oh Höchste Symbol Na dann pack mal aus Schade 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 Drei Euro ist das echt lit Letzte Chance Schade 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 Schade